mal ich weiß nicht wo ich bin ich rede die ganze zeit wende umher über sie wahrscheinlich jeden scheiß gang gott das klingt ein bisschen eklig jeden scheiß gang in dieser komischen arschloch höhen übersehen weil wir sind ja wirklich gerne gehabt ihr habt das bild gesehen ihr habt das bild gesehen ich wusste es so nicht viel sagen so waren aber was hast du denn dazu zu meiner fantasie der schlüssel zum wandern ist niemals aufzunehmen auch dieser mann hält nichts von aufgeben heike 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 das war zu schnell gedrückt ist egal macht ja mal auch nicht waren sogar noch weniger als das was ich im sinn hatte meine attacke das wäre ein schöner tool gewesen hätte ich das sofort gemacht also schmeißen wir mal riesige felsbrocken gegen den kopf es ist voll gegen den kopf knallhart volltreffer noch mal klar normalen volltreffer sehr gut darf ich dann bitte was du hast sogar noch mehr im angebot ne das ist mir zu gefährlich mit bodenattacken die kommen könnten machen wir doch lieber so weiter ja ja durch den verteidigungsdruck dürfte das auch reichen gleich naja ist aber relativ schwache aber aber die initiative sind ja ich bin trotzdem schneller sehr schön vielleicht hat sie Lawini gemacht glaube ich glaube ich bin immer noch schneller tatsächlich trotz des riesigen körpergewichts trotz des riesigen körpergewichts trotz des riesigen körpergewichts der 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 seit vergleich vor das ist nur wirklich dass wir nicht treffen das kann doch nicht doch du kannst das kann ich jetzt es wird doch nicht reichen oder auch nie sehr schön sehr sehr schön fantastisch da war doch mal wieder hallo jäi das war schön äh surfer sollte reichen klar und die rufen möchte ich gern schickabum bist du hoch oder was ola chica 3 du warst die erste lady und hier haben wir noch glaube ich so ein bisschen zeug da komme ich runter gesprungen ist das bin ich da ist noch mehr da ist noch ein typ ich weiß nicht ich habe keinen plan ich habe nicht die geringste ahnung wo ich bin die höhle des absoluten von sagen weil man nicht verirrt okay war ja wenn er ist tot toll was die bösartige falle in die ich jetzt gestoppt bin und ein gutes training für die kiefer rener übrigens mit kiefer rener da will ich wahrscheinlich da ein feuer spämen ich habe hier flammen hier will ich auch gerne jetzt eine feuertacke bekommen das ist doch die stahlform ist dass die stahlform muss das war ja das gleiche geräusch wie metronom aber noch mehr attacken die dieses komische mit geräusch machen das wäre so geil gewesen das wäre so geil gewesen als kälte und von der waltes abdecken hat es abgebildet und mein gott er heute überhaupt gar kein glück mit konnte gar nicht gar nicht denn scheiße es ist alles ein haupt scheiße spiel in kann vor mir genervt das ist dumm das ist richtig dumm wow ich verliere wahrscheinlich gleich noch das war richtig demnächst man enttäuscht mich in dieser zeichnung was ist denn da los ich dachte du kannst so schön die marken auswählen und dann versagst du an den boomer damm also ich bitte dich das ist kein überraschungsein wo man reinbeißen dürfte weg da da schlage ich dich auch mit meinem schweiß weg du kannst mir glauben ich bin dieser flächen noch die arena machen jetzt bin ich aber die ganze zeit genau wegen des schweifels weg feiern weg ist jetzt hier ich die kraft da auch so bin ich wo bin ich kann nicht weg wie kann ich das ist das ich erkenne ich was das ist ach doch lili oder ja die ranger schauen sich das also auch schon an das ist ja toll ja genau das ist nicht richtig ich komme vorbei genau ich komme vorbei gut das war das was ich finden sollte ja hätte ich nicht gedacht ich dachte ja gut wenn die da die wege untersuchen ist eigentlich klar dass die dann nach der tafel schauen denn die hänge wohl irgendwie mit dem leben zusammen gut dann wissen wir schon mal dass die der handlungsstrang weiter läuft ja irgendwie mein team ist nicht mehr so gut ich will trotzdem gehen die die hülle ist ein rutsch abschließen oder etwa also zwei trainer weiß ich noch die ich finden muss und schalte los und schalte los und folie straß die ziel daher hier schaufler sehr gut so ganz ehrlich habe ich ein flucht sei das nervt mich jetzt doch ich mir erst mal raus dann guck mal frisch habe ich ein flucht sei ich will jetzt auch nicht hier extra schaufler benutzen dann machen wir es anders dann nehme ich eben doch schaufler doch und es verschwindet ich habe gesehen du bist auch so schnell also raus wir wurden uns jetzt aus der brücke hier raus wir fallen eigentlich voll ins wasser möglich springen nach oben irgendwie schatz zu schaufeln springen wir noch sicher dass hier ist ich habe die karte verloren aber jetzt ja ich weiß es nicht aber was habe ich vorher gesagt wird das nicht der richtige weg sein die heißen alle über den juni ist eben noch es die kino heißen etwas mit ehemann das ist voll verwirrend wo sind die denn jetzt ich habe anstatt mit meinem weg laufen möchte ich nicht möchte nur erst mal mich heilen waren die hier gerade oder keine ahnung und dann werden wir uns weiter die komische kackhöhle angucken ich finde das lustig ich kann die litte wie die kackhöhle nennen und so wie die aussieht würde der namen sogar noch halbwegs passen tangela hi das ist eklig das ist noch eklig klasse ja jetzt genau das was wir sehen wir haben ja alle gesehen oder an schauen so als konzentration dass dir schön ist nicht mehr wie gehen ihr bieten und naja ich noch der typ der eine ja da ist mal wieder ein rest für uns ich wusste nicht was ich vorne habe aber das passt auf alle fälle ich dachte ich hätte eher das thema aber auch so habe ich dann so leichtes spiel ja das war auch eine panik was ich gemacht habe war spielmäßig unterwegs hier genau du sollst meine machen jetzt gibt es ja natürlich ein paar möglichkeiten wieder hier komme ich habe ich natürlich in petto ist doch klar hier gab es mal ein nugget bei so einer form das hat mir so ziemlich gar nichts gebracht hier kann man eben entwickeln vielleicht für irgendwas naja gut zu wissen was haben wir hier noch hier wird sein oder auch nicht eben ist hier nicht und ist hier nüscht voll die verarsche dreh durch tut mir leid dass ich dich die ganze zeit raus holen und wieder reinpacke als zu merkel und dann sind wir noch hier ein fossil aber die hülle will es so die hülle ist komisch gut da oben war nichts mehr können wir jetzt hier zurück wandern oder ja das war hier nur die ruhe nach ich hatte dann geht es dazu hier ist nichts mehr oder ich treffe es heißt nicht aha da ist das alte wegen an alten bars was wir noch fehlt jetzt nicht durch oder glaube jetzt bin ich endlich durch mit dem scheiße ja das sieht so ziemlich fällig aus jetzt da freue ich mich drüber es war mega verwirrend erst aber es sieht gut aus jetzt genau wir sind hier fällig für mich fertig schaufler secrets klarufel ich will ja raus ja eine scheiße ja auch zum nächsten mal muss ich diese feststellung tätigen und da haben wir noch mehr komische scheiße mit die mitte aber es war nicht scheiße mir was von okay käfer turnier steht an wir wollen ein paar kiefer fangen oder wo es ist der reiweiter immer noch daran gtn der verdammte arena auf jungen alter im bm scheiß konnte es die machte ich darf nur eins genutzt oder das erst mal starker und keine ahnung ich denke einfach mal ist ganz cool drauf das war ein schönes bild wieder